Und das ist es, Woody. Wenn du deine Exe so f***ig liebst, warum hast du das f***ig? Warum hast du überhaupt fest, ne? Ich habe es nicht f***, Scheiße. Es wurde von meinem Apartment verletzt. Du willst keine Partie davon, Alter. Du musst mir nur noch ein paar Minuten, und ich... Scheiße, was... Okay, Leute. So, get the f*** out of my side. Pitchfix, see you later. Hey, was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Was ist der f***ig? Christ, und dieser f***ige Mann auch? Bitte was? Boah, ist der stark, oder was? Richtig. Oh, der hat ja richtig... Oh, der hat ja richtig... Oh, ich bin gestorben. You ain't so tough. Das weiß sie, sie guckt dir da auch zu. Achso. So, Freundchen. Was? You f***ing mother... Ganz ruhig bleiben jetzt hier. Haben wir uns verstanden. Und gerne nochmal. Au. Okay. What the f***, was ist das denn jetzt? Das ist ein Waldmach... Ach, du... Leck mich an die Beharten... Ah, ja, schade. Unni! Okay. Hattel! Lass ihn in Ruhe, du... Sau-Preisen. Oh-oh. Oh-oh, ich bin wie ein Russkuss-Weiß. BAM! Bleib stunden! Bleib buru best! Oh, sei! Oh, sei! Und in die Fressleiste. Hast du noch was zu sagen? Nochmal in die Fressleiste. Ja, kein Problem für mich. Also, ich... Und jetzt schenk mir dein... Und du Sack. Und hier hast du es wieder. Alter, Farbe W sind einfach zu krass, ey. Woody. Hast du mal deinen Axt jetzt, da ich wieder... Hör auf, da hinten rumzustehen. Mit der blöden Axt. Danke. Okay. Bum. Du. Woher jetzt? Nein! Ich bin wohl keiner anscheinend. Ich bin der keiner. Was meinst du Arterion? Ich kann ja nicht ganz folgen. Das wird mir helfen. Was haben wir denn überall? Checks. Nimm das Geld. Ich hätte ihn mitgenommen. Dieser kranke Scheißgealter. Er hat immer auch ein Bild von Snow. Und was haben wir hier? Die Scherbe. Alles was ich brauche. Bitte. Darf ich nochmal treten? Und ich weiß nicht was sie haben. Aber ich weiß das. Ich will ihn zu schweigen bringen. Aber es wäre so wie... Ach komm. Arschlecken. Das ist alles was es braucht. Ja, shut the fuck up. Will ya? Danke! Okay. Okay. Ach so, ich sollte mich vielleicht mal ein bisschen anders hinsetzen. Danke, Woody. Danke, Woody. Das war echt super. Kamera. Die Hilfe war echt nötig. Die Hilfe war echt nötig. Gut. Das war echt nötig. Hey, Woody. Ja. Was machst du jetzt? Ja. Wir haben alle unsere Rollen-Night-Play-Wolf. Wir sehen uns. Ja. Ja. Okay, Woody. Ich hoffe, wir sehen uns wirklich nochmal. So. Wir haben 5 Batterien. Ordnung. Vor allem den Taxifahrer interessiert es nur, dass wir komplett Blut am Hemd haben. Er fragt einfach nicht. Es wurde von allen gerüchtet. Du hast Kapitel 4 von Episode 4 abgeschlossen. Das heißt es gibt nur noch ein Kapitel. oder was? Abend. Das ist Birne. Bitte. Schau, was ich gefunden habe. Es scheint, dein Hund will einen Biskut. Schnauze! Bufkin! Bufkin! Geh dieses Stück in die Schreie sofort! Mit Freude, Herr Sprint! Ich grüße dich! Schnauze! Oh, ich bin endlich. Die Dinge schwingen zurück in die richtige Richtung. Good work, Bigby. Danke. Du hast all den Tag weggezogen. Was hast du herausgefunden? Ich dachte, du wirst mich zurück zu mir reporten. Ich meine, es ist gut. Also was hast du noch herausgefunden? Okay. Wir können doch nicht großartig zu viel reden. Es sind so viele Leute im Haus, der nicht dafür... Ich küffiere dich über das. Was ich trabe? Wir sprechen bald. Wir sprechen bald. Du kannst dich auf ihn. Und ich verstehe. Ich verstehe. Dies sieht einfach nicht so aus. Du hast keine Idee, warum? Nein. Aufbeettst du die von der gandere? Wo hast du ihn gefunden? Was wurde durch? Was wurde der Garten von den anderen? Aufbeettungsgerät? Er ist eine sehr traumatische Erfahrung, duennißt. Dies ist ein wenig… Herr Weiß, hallo an den neuen Zuschauer, wie geht's, wie steht's, schön, dass du da bist, aus der Ehe gleich wieder ab, also von daher Hast du die Geschichte mit uns? Oh, würdest du es lieb, wenn sie versucht, dich als Türkei zu nutzen? Ich denke, ich weiß bereits die Gefühle. Ich denke, ich weiß jetzt, wie zu gehen. Es wird nur ein bisschen extra gekocht. Das ist alles. Danke für deine Hilfe. Nur mal, ist keine Nebeninformation, noch mal, falls ihr vielleicht eher Interesse habt, in ein Horror-Spiel zu gehen. Unten in der Beschreibung ist der Link zu Axios, der ist auch gerade am Stream, direkt neben mir. Und macht gerade Outlast, falls ihr dort mehr Interesse habt, einfach mal vorbeischauen. Ist es fixiert? Habt ihr gefragt, über den Crooked-Mann? Bucking ist immer noch gearbeitet. Du sagst, es könnte sein. Okay. Wenn du dich so selbst verliebt, wo gehst du von der Geschäftsführung? Was ich will, ist mein Geschäft. Ich kann sie nicht nehmen. Wir versuchen, einen Mörder zu holen, und sie... ... sie bischen über die Bureaucratie. Wir sind in der Krieg. Sie verstehen das nicht? Wie optimistisch. Danke, Renaman. Aber du bist da, aber es ist schön. Es tut mir wirklich leid, dass es nicht so viel passiert, dass du nicht mit Leuten schreiben kannst. Es tut mir wirklich leid. Aber schön, dass du da bist. Das freut mich wirklich. Er muss wirklich in die Farm. Mach's Colin, oder? Stimmt, Toad. Komm her. Nein, Toad muss zur Farm. Ich sehe, wie es ist. Du hast zu einem Unterling, oder? Warum bin ich nicht überrascht? Nun, du sagst, was mir die Dämpfe bringt. Also, vielleicht ist es für das Beste. Ich brauche nur ein bisschen Dosh, um es zu kümmern. Ich versuche, zu ihr zu sprechen. Aber es ist wie eine Brickwolle zu sprechen. Ich bin sicher, dass du deine eigene Agenda hast, Sheriff. Aber ich habe eine wirkliche Wolle genommen, wegen dir. Das wird mir jetzt eher... Schon okay. Ich finde die Stauber. Das ist super. Was? Du brauchst ein bisschen mehr Geld, du kennst. Mein Auto. Total. Das Gaping-Mail in meiner Wolle. Werden Sie sich nicht kennenlernen? Ich bin nicht nachher. Ich bin nicht nachher. Ich bin nur, was es ist. Das ist schön. Hier. Kräne wird nichts davon ausgleichen. Was wird das tun? Kräne hat Geld, oder? Ich glaube, das bedeutet, dass es mir so viel als jemandem gehört. Danke, Sheriff. Ich habe es wieder. Gehen. Du hast jetzt Geld, damit ich nicht so leid sein werde, wenn ich dich wieder kenne. Dein Farm ist immer auf dem Tisch. Aber natürlich. Tau ist super fröhlich. Das ist super. Das ist davon nicht zu wahr. Wie ist deine Chance? Ich habe gerade meine Donation gemacht, um dieses Office zu finanzieren. Wie kann Rainer kalten und nicht leiden? Na, zumindest versucht er mich nicht zu entfernen. Er ist nicht? Für jetzt. Hatte du den Toad geholfen? Ich meine, ich habe gesehen, wie er ging. Ich weiß, dass es nicht so wichtig ist. Aber Glamour sind die Wahl für eine sehr gute Grund. Du das auch gut wie jeder. Gehen. Ich habe das richtig gemacht. Sind Sie sicher? Weil er ging, war ziemlich glücklich. Ich weiß, dass ich mich gefragt hätte, wie es so ging. Aber ich höre mich gefragt. Ich habe nur, warum es so ging. Und ich frage mich, warum es so ging. Ich weiß nicht, warum es so ging. Ich habe nur versucht, warum es so ging. Für Faith und Lüge. Du hast seine Welt gesehen. Hast du keine Ahnung, warum er sie zu verraten wollte? Ich weiß nicht, ob der krokratische Mann sie mit seiner Hand töte oder ob es einer seiner Gute gewesen wäre. Ich weiß nicht, um was es ihm geht, aber es kann nicht so offensichtlich sein, dass es um Macht oder Geld geht. Da steckt bestimmt mehr hinter. Ich habe bis jetzt immer richtig gelegen mit meinen Vermutungen hier. Immer richtig gelegen. Verdammt! Ich muss sagen, ich bin besser. Alter! Aber danke, dass ich mich wieder zusammengelegt habe. Ich bin sorry, ich muss nur... Ich muss es wissen. Mirror, mirror. Wir sind froh, dass du nicht geschlagen hast. Jetzt bitte show uns, dasselbe Krämpchen. Are you really sure you want to see him? Oh, ich bin schon wieder.